Hallo zusammen! Wir freuen uns, euch in den nächsten Minuten die wichtigsten Sachen über den Patten zu zeigen. Beim Patten geht es darum, den Baum mit möglichst wenigen Schlägen einzulaufen. Das kann etwa so aussehen. Die Haltung mit dem Patten hat folgende Merkmale. Schulterbreiten Stand. Der Baum ist etwas auf dem vorderen Fuss. Ein wenig knoiga. Der Oberkörper ist nach vorne gebaugt. Der Rumpf und Rücken sind stabil. Die Augen sind über dem Baum. Obwohl es nur eine kleine Bewegung ist, gibt es ein paar Sachen zu beachten. Es ist eine Pendelbewegung aus den Schultern. Die Arme funktionieren als Stabilisatoren. Und die Hände für die Hände. Und das Wichtigste ist, dass man kein Handgelenk braucht. Um richtig zu patten, können folgende Übungen helfen. Versuchen wir zuerst einmal die Pendelbewegung aus den Schultern zu üben, und zwar ohne Schläger. Sehr schön. Jetzt nehmen wir den Schläger dazu. Wichtig dabei ist, dass der Schläger locker und neutral in der Hand liegt. Man nimmt am besten den Schläger mit der linken Hand und tut dann den rechten langsam und nachher führen. Man sollte darauf achten, dass der Schläger nicht zu verkrampft in der Hand liegt. Wichtig ist, konstant mit gleichmässigem Tempo zu schwingen. Eine Übung dazu ist, während dem Schwingen zu zählen. Eins, zwei, drei, vier. Versuche den Ball in der Mitte des Pattern zu treffen. Nehmt dazu zwei Gummeli und trifft den Ball zwischen diesen zwei Gummeli. Schwingen Um die Feinmotorik zu verbessern, könnt ihr Folgendes ausprobieren. Zum Beispiel blind zu spielen. Oder mit einer Hand spielen. Ein Huf beim Zielen kann ein Strich auf dem Bau sein. Die Linie richtet man nun zum Loch aus. Beim Patten geht es um Routinen und manchmal ein bisschen Glück. Und wenn ihr jetzt dranbleiben mit Üben, kann es euch ein Tiger werden. Jetzt alle miteinander, alle miteinander. Also alle miteinander. Der Oberkämpern. Aha! Okay, sorry. Das Licht sieht so gut aus. Ist gut? Sehr gut, ja. Wichtig ist, konstant mit gleichmässigem Tempo zu schwingen. Die Übung dazu ist, Bär zum Schwingen zu zählen. Wichtig ist, immer konstant mit gleichmässigem Schwingen. Wichtig ist, immer nein. Ja. Ja. Nein. Was sage ich jetzt? Hä? Was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt? Ist gut? Das ist gut. Das ist gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das waroded, bis es sich ja. Das war gut. Deshalb. Das war gut. Was sage ich jetzt? Golden journey, Att boa.